Hallo, schönen guten Tag! Heute möchte ich mit euch über das Thema Small Talk auf Deutsch sprechen, denn es gibt oft die Situation, dass man nicht genau weiß, worüber man auf Deutsch sprechen kann oder welche Fragen man stellen kann. Man weiß nicht genau, welche Fragen vielleicht interessant sind oder wie man ein Gespräch beginnen kann. Und natürlich, wenn man Deutsch als Fremdsprache lernt oder das Fremdsprache spricht, dann hat man vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass es nicht so einfach ist, die Dinge alle richtig zu sagen und ein gutes Thema zu finden, wo man selber auch wirklich die Sicherheit hat, dass man die Wörter auch alle kennt oder dass man diese Fragen richtig stellen kann. Und heute möchte ich euch ein paar lustige oder interessante Fragen geben, über die ihr in einem Gespräch reden könnt oder die ihr einfach anderen Leuten stellen könnt. Also zum Beispiel, wenn ihr mal bei einer Party seid oder bei einem Fest, wo zum Beispiel andere Studenten sind oder nicht nur Studenten, einfach auch gleichaltrige Leute. Und wenn ihr einfach mehr über diese Person oder über diese Personen erfahren wollt, dann könnt ihr einfach diese Fragen stellen. Die erste Frage ist zum Beispiel, liest du gerne Zeitschriften oder lesen sie gerne Zeitschriften? Zeitschriften. Zeitschriften, das kann man auch als Magazin bezeichnen. Die Zeitschrift ist ein Magazin. Auf Deutsch gibt es beide Wörter. Und ja, manche Leute lesen gerne Zeitschriften. Manche Leute lesen nicht so gerne Zeitschriften. Aber das Interessante ist, dass es zu ganz vielen Themen und zu ganz vielen Bereichen Zeitschriften gibt. Es gibt Sportzeitschriften. Es gibt Musikzeitschriften. Es gibt Sprachlernzeitschriften. Es gibt, ja, Architekturzeitschriften, Kunstzeitschriften. Es gibt zu so vielen Themen Zeitschriften. Und das ist einfach ein perfektes Thema, wenn du ein Gespräch beginnen willst oder wenn du ein Gespräch weiterführen willst. Und wenn du vielleicht in einem bestimmten Moment nicht weißt, was du die Person fragen könntest. Aber wenn du trotzdem gerne mit dieser Person einfach sprechen, ja, möchtest. Die nächste Frage ist, hast du in deiner Schulzeit gerne Mangas gelesen? Oder hast du in deiner Kindheit gerne Mangas gelesen? Du kannst natürlich auch fragen, liest du gerne Mangas? Also jetzt gerade, ja. Was ist ein Manga? Ein Manga, das ist ein japanischer Comic. Also ein Comic, das ist ja eigentlich nur, das ist einfach ein Heft mit vielen Bildern, wo eine Geschichte mit vielen Bildern erzählt wird. Und wo es auch dann Sprechblasen gibt. Und in diesen Sprechblasen hast du dann die Sätze, ja. Also es ist kein richtiges Buch, sondern es ist einfach eine lange Bildergeschichte mit vielen Bildern, wo man die Personen direkt sprechen sehen kann, wo man in den Sprechblasen die Sätze sehen kann. Und ja, es gibt auf der ganzen Welt Mangas. Mangas sind eigentlich auf der ganzen Welt beliebt. Und es gibt ja auch sehr berühmte Manga-Serien. Vielleicht hast du eine gelesen, vielleicht auch nicht. Aber ja, du kannst dieses Thema auch bei einem Gespräch oder bei einer Party oder bei Smalltalk einfach mal anwenden. Okay, die nächste Frage wäre, kannst du besser mit oder ohne Musik lernen? Ja, das ist auch etwas sehr Persönliches. Es ist eine persönliche Frage, aber es ist nicht zu persönlich. Also es ist, ja, du kannst mehr über diese Person erfahren und du kannst auch dann im nächsten Schritt über Musik sprechen. Welche Musik hörst du vielleicht? Also kannst du dich konzentrieren, wenn du beim Lernen Musik hörst oder nicht? Und da kannst du fragen, ja, welche Musik hörst du denn? Welche Musik hörst du denn? Welche Musik hörst du nicht gerne? Welche Musik hörst du beim Lernen? Und welche Musik hörst du, wenn du nicht lernst? Da kannst du auch viele, viele Fragen stellen. Die nächste Frage ist, was machst du als erstes, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst? Oder was machst du als erstes, wenn du nach der Uni oder nach der Schule nach Hause kommst? Ja, auch wieder eine Frage, wo man einfach die Person ein bisschen besser kennenlernen kann, wo man auch selber sagen kann, was man einfach gerne macht, was man nicht gerne macht. Und ja, wo es einfach viele Gesprächsthemen gibt, wo man anknüpfen kann, wo man neue Gesprächsthemen ganz natürlich finden kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt frage, hey, was machst du eigentlich als erstes, wenn du nach Hause kommst? Oder was machst du als erstes nach der Uni? Dann kannst du sagen, oh ja, als erstes nehme ich mir einfach mal einen Kaffee. Als erstes nehme ich einen Kaffee und setze mich hin und genieße meinen Kaffee. Oder ja, ich schaue irgendwie Videos, ich schaue auf YouTube Videos an. Dann kannst du gleich fragen, hey, welche Videos schaust du denn an? Hast du einen Lieblingskanal? Welchen Kanal findest du gut? Und so weiter und so fort. Und hier komme ich gleich zur nächsten Frage. Was schaust du gerne im Internet an? Welche Sachen schaust du dir gerne im Internet an? Oder welche Videos schaust du dir gerne an? Zu welchem Thema? Also du kannst nochmal hier genau fragen. Zu welchem Thema schaust du gerne Videos an? Ja, zu welchem Thema schaust du gerne Videos an? Oder wenn du einen konkreten YouTube-Kanal, ja, wenn du nach einem konkreten YouTube-Kanal fragen möchtest, kannst du einfach sagen, hey, welchen YouTube-Kanal schaust du gerne? Oder welchen YouTube-Kanal findest du gut? Oder findest du interessant? Oder welchen YouTube-Kanal magst du? Also hier wieder ganz, ganz viele Themen, die man finden kann. Wenn du sagst, zu welchem Thema, und das dazu sagst, kannst du auch so die Frage stellen, zu welchem Thema schaust du Videos? Oder zu welchen Themen schaust du gerne Videos? Auch hier im Plural. Zu welchen Themen schaust du gerne Videos? So, die nächste Frage ist, in deiner Wohnung, dekorierst du gerne in deiner Wohnung oder dekorierst du gerne deine Wohnung? Beide Versionen sind richtig, beide Versionen sind korrektes Deutsch. Also zum Beispiel, hier, dekorieren, Dekoration. Hast du gerne Dekoration in deiner Wohnung oder hast du das gar nicht gern? Ist das für dich komplett uninteressant? Ist das gar nichts für dich oder es ist ein großes Thema für dich? Ist das interessant für dich? Hast du das gerne? Dekorierst du gerne? Ja, also dekorierst du gerne dein Zimmer? Dekorierst du gerne deine Wohnung? Die nächste Frage ist dann, wie dekorierst du gerne deine Wohnung? Wie dekorierst du sie gerne? Oder wo kaufst du deine Dekoration? Wo kaufst du deine Dekoration? Ja, auch perfektes Thema. Also ihr könnt dann vielleicht zusammen in ein Möbelhaus gehen oder ihr könnt zusammen in ein Dekorationshaus gehen. Und so könnt ihr dann auch Deutsch sprechen, Deutsch lernen. Ihr könnt über ein gemeinsames Thema sprechen. Ihr könnt über ein interessantes Thema sprechen. Und ja, damit könnt ihr einfach viele, viele interessante Dinge machen. Also, das war wieder ein Tipp. Und wir kommen gleich zur nächsten Frage. Und zwar das Thema Handy. Natürlich, wir schauen alle aufs Handy. Handy oder Smartphone. Im Grunde sind ja alle Handys heute Smartphones. Also Smartphones, ja, nicht nur Handys. Handy war früher eigentlich streng genommen. Ja, genau gesagt, hatten wir früher Handys. Das waren diese mobilen Telefone, Mobiltelefone. Und heute haben wir eigentlich alle Smartphones. Das ist schon ein bisschen mehr, eine Stufe höher. Vielleicht habt ihr das mal beobachtet. Egal, ob auf der Uni oder in der Arbeit, im Büro oder vielleicht im Restaurant. Dass die Leute beim Essen oft auf ihr Handy schauen. Oder dass die Leute beim Essen oft auf ihr Smartphone schauen. Vielleicht machst du das auch? Dass du beim Essen auf dein Smartphone schaust? Oder dass du beim Essen Videos anschaust? Oder etwas liest? Oder etwas hörst mit dem Smartphone? Machst du das auch? Oder machst du das gar nicht? Gefällt dir das gar nicht? Findest du das eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit? Findest du das eine Unsitte? Ja, darüber kannst du auch sprechen. Also du kannst fragen. Hey, schaust du beim Essen eigentlich aufs Handy? Oder schaust du beim Essen eigentlich aufs Smartphone? Erzähl es mir, sag es mir. Und ja, warum machst du das? Oder seit wann machst du das? Seit wann? Ja, machst du das immer schon? Oder machst du das erst seit Neuem? Oder seit kurzer Zeit? Die nächste Frage ist dann. Ihr könnt über andere Sprachen sprechen. Also jetzt nicht nur Deutsch vielleicht oder Chinesisch, sondern auch andere Sprachen, die vielleicht für die andere Person etwas exotischer sind oder spezieller sind. Es muss auch nicht unbedingt exotischer sein. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, wir nehmen die Sprachen Japanisch und Koreanisch. Du kannst fragen, hey du, kennst du eigentlich Wörter auf Japanisch und auf Koreanisch? Kennst du eigentlich irgendwelche Sätze auf Japanisch oder auf Koreanisch? Ja, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Auf Japanisch heißt Danke, Dankeschön. Arigato oder Arigato gozaimasu. Ich glaube, es ist richtig so. Ich glaube, meine Aussprache ist nicht perfekt. Aber ich glaube, auf Japanisch heißt das Danke und Dankeschön. Und du kannst einfach dein Gegenüber fragen. Du kannst die andere Person fragen, hey, kennst du eigentlich noch andere Wörter in anderen Sprachen? Kennst du in ganz, ganz speziellen oder in vielleicht sehr schwierigen Sprachen auch andere Wörter? Hey, weißt du vielleicht, wie man auf Ungarisch etwas sagt? Oder weißt du vielleicht, wie man auf Italienisch etwas sagt? Oder vielleicht in einer ganz, ganz anderen Sprache? Also hier kannst du auch im weiteren Schritt, in einem weiteren Schritt, dann über andere Sprachen sprechen. Und du kannst zum Beispiel fragen, hey, hast du eigentlich schon andere Sprachen gelernt? Und welche Sprachen hast du schon mal gelernt? Welche Sprachen hast du gelernt und hast du wieder aufgehört damit? Weil du es vielleicht irgendwie, ja, zu schwer gefunden hast oder weil es dich nicht so interessiert hat? Oder welche Sprache würdest du eigentlich noch gerne lernen? Welche Sprache würdest du jetzt außer vielleicht Deutsch oder Spanisch oder Chinesisch, welche Sprache würdest du sonst noch gerne lernen? Verrate es mir. Was gibt es denn da noch? Ja, und dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Die letzte Frage. Da geht es um das Thema Fotos machen. Ja, wir machen eigentlich alle Fotos. Wir haben ein Smartphone. Jeder hat ein Smartphone. Fast jeder, ja. Und wir können eigentlich sehr einfach Fotos machen. Wir können sehr einfach draußen bei jeder Gelegenheit das Handy rausnehmen, ein Foto machen. Und das ist etwas ganz, ganz anderes als früher mit dem Fotoapparat Fotos zu machen und dann zum Fotogeschäft zu gehen, die Fotos dort zu entwickeln. Dann Geld dafür zu zahlen, dass man die Fotos bekommt. Und dann hat man sozusagen vielleicht 10 oder 20 Fotos gehabt. Und das war damals vor vielen Jahren, das war normal so, aber das war viel umständlicher, viel schwieriger und es hat auch Geld gekostet. Und heute können wir ganz, ganz einfach mit dem Handy Fotos machen. Wir können hunderte, tausende Fotos machen und wir können die Fotos wieder löschen. Wir können gleich kontrollieren, ob die Fotos gut sind oder nicht. Und das ist einfach etwas ganz, ganz anderes, eine ganz neue Zeit. Und deswegen fotografieren auch die meisten Leute sehr gerne. Es gibt ja Instagram, es gibt so viele soziale Medien mit so vielen Fotos. Und jetzt kannst du dein Gegenüber fragen, welche Dinge fotografierst du eigentlich gerne? Welche Objekte, welche Motive fotografierst du gerne? Oder du kannst mal ganz grundsätzlich fragen, hey, fotografierst du eigentlich gerne oder fotografierst du eigentlich nicht gerne? Interessiert dich das? Interessiert dich fotografieren? Oder interessiert dich fotografieren eigentlich gar nicht? Oder Fotografie, ja? Eigentlich kannst du sagen, interessiert dich Fotografie oder interessiert dich Fotografie gar nicht? Und ja, da kannst du zum Beispiel auch selber von dir erzählen, hey, welche Motive fotografierst du gerne? Fotografierst du gerne Essen oder fotografierst du gerne Tiere? Du kannst einfach so antworten, ja? Also zum Beispiel, hey, ich fotografiere gerne Essen. Ich fotografiere gerne Häuser. Ich fotografiere gerne interessante Motive oder interessante Muster. Oder ich fotografiere gerne Möbel. Oder ich fotografiere gerne Menschen. Also hier kannst du auch sehr, sehr viel erzählen. Und wie gesagt, es gibt für den Smalltalk oder Smalltalk ist eigentlich, es soll gar nicht so wie ein Smalltalk sein, ja? Du kannst eine Person ganz natürlich kennenlernen und es muss nicht oberflächlich sein, ja? Es muss nicht oberflächlich sein, sondern es kann auch wirklich in die Tiefe gehen. Es kann auch sehr persönlich sein. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass man, wenn man jemanden trifft, wenn man jemanden kennenlernt und kennenlernen möchte, dass man auch wirklich interessante Fragen stellt und Fragen stellt, die einen selbst auch wirklich interessieren. Also wenn du dir denkst, hey, ich würde wirklich gerne wissen, ich würde wirklich gerne wissen, welche Sprachen er oder sie schon gelernt hat, hey, dann frage ich einfach mal, hey, welche Sprachen hast du schon mal gelernt? Und wie hast du das gefunden? Also denk dir das einfach so. Es ist eine, es soll natürlich und es soll einfach sehr authentisch sein. Authentisch ist das Wichtige, ja? Okay, das war ein eigentlich recht langes Audio bzw. Video, ja, das ich hier raufgeladen habe. Aber ich hoffe, ich habe damit dein Deutsch ein bisschen verbessern können. Du hast einfach ein bisschen Deutsch üben können, dein Hörverstehen üben können und dein Hörverstehen verbessern können. Und ich wollte dir auch wirklich eine interessante, ja, einen interessanten Mehrwert geben. Ich wollte dir einen interessanten Inhalt geben mit vielen Fragen, die du das nächste Mal, entweder bei einer Party, bei einem Fest oder vielleicht sogar nächstes Mal, wenn du online im Internet mit anderen Personen chattest, stellen kannst. Das sind alles Fragen, die du gerne anderen Leuten stellen kannst. Und zum Schluss vielen, vielen Dank für einen Daumen nach oben. Vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank fürs Teilen. Ihr könnt gerne dieses Video verlinken. Ihr könnt dieses Video anderen Leuten schicken. Es gibt vielleicht andere Kollegen oder Freunde, die auch Deutsch lernen. Und ihr könnt gerne dieses Video weiterschicken. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und bis dann.